Ja Leute, nachdem ja doch eigentlich recht viele Leute danach gefragt haben, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr Mods für Star Wars Battlefront 2 installieren könnt, beziehungsweise für eigentlich alle Spiele, die mit der Frostbite Engine entwickelt wurden. Das Ganze ist eigentlich ziemlich einfach, alles was ihr dafür braucht sind zwei Programme, einmal den Frosty Mod Manager und WinRAR zum entpacken. Zuerst müsst ihr euch den Frosty Mod Manager von der Frosty Tool Suite Website herunterladen und WinRAR könnt ihr euch eigentlich überall downloaden, um damit dann die RAR-Datei des Frosty Mod Managers zu öffnen und zu entpacken, entweder indem ihr die Dateien einfach in den Zielordner zieht oder indem ihr auf Entpacken klickt und dann einen Ordner auswählt. Am besten erstellt ihr euch dafür auch direkt einen neuen Ordner und nennt ihn beispielsweise Frosty Mods. Bevor ihr nun den Frosty Mod Manager öffnet, solltet ihr vorher noch einstellen, dass das Programm standardmäßig als Administrator gestartet wird. Dazu müsst ihr einfach auf den Frosty Manager rechts klicken, auf Einstellungen gehen, dann auf den Reiter Kompatibilität und unten ein Häkchen bei Programm als Administrator ausführen und vergesst dann nicht auch noch auf Übernehmen und dann OK zu klicken. Nun könnt ihr also dann den Mod Manager öffnen und müsst beim ersten Start Battlefront verknüpfen. Das macht ihr, indem ihr einfach die Excel-Datei von Battlefront 2 auswählt. Falls ihr nicht wisst, wo ihr Battlefront 2 installiert habt und diese finden könnt, könnt ihr einfach in die Windows-Suche Battlefront 2 eingeben, dann rechts klicken und auf Speicherort öffnen. Habt ihr das erledigt, könnt ihr anfangen Mods zu installieren. Ladet euch dazu einfach die Mods herunter, die ihr ausprobieren möchtet. Am besten eignet sich dafür die Website Nexus Mods. Anschließend klickt ihr unten links im Manager auf Import Mod, wählt dann die gewünschte Mod aus und schon wird die Mod reingeladen. Mit einem Doppelklick aktiviert ihr diese dann und müsst nur noch Battlefront über den Manager starten und könnt dann die Mod ausprobieren. Ihr könnt auch gleichzeitig mehrere Mods spielen. Dazu müsst ihr rechts bei den entsprechenden Mods dann ein Häkchen setzen, um die verschiedenen Mods aus- oder abzuwählen. Zudem könnt ihr hier auch die Reihenfolge einstellen, in welcher die Mods also geladen werden sollen. Und immer wenn ihr eine Mod spielen möchtet, müsst ihr dafür den Frosty Mod Manager benutzen, um Battlefront zu launchen. Das heißt den Manager öffnen, die Mods auswählen, die ihr spielen möchtet und dann Battlefront 2 mit dem Mod Manager launchen. Andernfalls, wenn ihr Battlefront 2 nur so startet, wird das Spiel ganz normal geladen, ohne jegliche Mods. Und dann zum Schluss noch vielleicht ein paar generelle Infos. Erstens, Mods könnt ihr nur auf dem Computer spielen, das heißt Konsolen sind hier außen vor. Zweitens, nicht jede Mod, die ihr mittlerweile findet, wird auch garantiert funktionieren. Das liegt daran, dass nach jedem Patch für Battlefront 2 auch die Mod geupdatet werden musste und das nach dem finalen Patch für Battlefront 2 nicht bei jeder Mod geschehen ist. Und drittens, werdet ihr in der Regel durch Mods nicht gebannt, es sei denn, es wird etwas anderes als etwas Visuelles geändert und ihr spielt dann so eine Mod online. Am besten lest ihr euch dafür dann immer die Beschreibung der Mod durch, dort steht da meistens, ob sie multiplayer kompatibel ist oder eben nicht. Und falls nicht, solltet ihr die Mod auf gar keinen Fall online benutzen, sondern nur in Arcade oder Instant Action, da ihr sonst eben einen Bann riskiert. Und so einfach installiert mal Mods für Battlefront 2. Links zu allen Programmen und Websites findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Nächste Woche stelle ich euch nämlich die besten Mods für Star Wars Battlefront 2 vor. Checkt gerne auch die Videobeschreibung für die anderen Links zu meinen sozialen Medien und dem Discord-Server ab. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.